I don't gotta hide, no, I don't got reason to hide, I don't need your drama, I don't need you to survive, you don't gotta say it. Hey Leute, willkommen zu einer Runde Kursgay mit Pauli. Yo. Und wir wollen ein Kill-Duell machen und da habe ich mir natürlich den schlechtesten Spieler für ausgesucht. Oh, 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 Ansage, Ansage, Ansage. Ich würde so verrecken. Ich sehe es echt kaum, dass ich direkt so als erster Stern werde. Was? Hä, witzig, einfach, okay, das zählt nicht nochmal neu. Ja, natürlich zählt nicht. Nein, zählt nicht. Nein. Ja, der rennt weg. Das ist unfair. Oh, dann kommt der Zweite. Ich sterbe. Oh, ich sterbe ernsthaft. Oh mein Gott, ich habe einen Kill. Leute, wenn es laggt, dann tut es mir leid, aber... Oh mein Gott, das ist meine Chance. Komm, bitte stirb. Also, wenn es laggt, dann tut es mir leid, aber irgendwie ist mein PC am Abkarrung. Ich habe es aber nicht geschafft, ihn zurückzusetzen. Oh mein Gott, da ist ein Spieler. Man hat da so gute Sachen. Ich renne, ich renne, ich renne. Ich gehe weg. Mann, du darfst alle jetzt so gute Sachen. Ich bin mal, wenn du stehen bleibst. Nein, ich bin nicht käuflich. Was? Okay, ich brauche jetzt erstmal irgendwie eine Angel oder so. Mann, Paul, warum habe ich keine Hose? Tja, ich bin tot. Ich habe eine Angel. Ist das auch ein Angelschein? Ja, von meinem Bruder. Junge, ich brauche doch nur eine Hose, dann will ich doch gar nicht. Ich habe eine Hose. Okay. Jetzt wird safe gespielt. Meine Hände schwitzen richtig. Mein Körper wird wieder durchzogen. Oh, ich sollte was essen. Okay. Oh. Oh, Leute. Ich habe mich gerade voll erschrocken. Oh, ich bin richtig low jetzt. Ich bin auf fünf Herzen. Ja, ja. Ollen. Warum? Warum baust du? Damit auch ein bisschen low ist, aber das wäre ich. Oh, Junge, dann ist es dieses hässliche TNT. Warum? Oh Gott. Warum? Kämpf doch. Oh mein Gott. War da easy. Aber das ist so angenehm, wenn du schon tot bist, ne? Oha. Du musst keine Gedanken machen. Du kannst aber in Minecraft so, oder? Okay. Ja. Okay. Warte. Wie viele Kills hast du gemacht? Ein oder zwei? Nein. Fünf. Okay. Wenn der dich nicht kriegt. Bitte. Komm, der hat einen DHS. Oh mein Gott, ich habe ihn verswitcht. Du kriegst ihn. Du kriegst ihn. Du kriegst ihn. Du kriegst ihn. Komm, Bow. Er ist One-Hit. Was für One-Hits? Hallo. Jetzt ist er One-Hit. Komm. Ich habe mich verswitcht schon wieder. Er hatte noch vier Herzen, du Pisser. Das ist so One-Hit. Ich hasse dich. Und das war schon in der nächsten Runde mit Pauli. Oh, mit Paula. Paula? Wer meinte das danach? Keine Ahnung. Auf Twitter. Das hat mich auf jeden Fall richtig gekillt. Ebrigens, Leute, ich bin nicht lesbisch. Erster Kill. Oh mein Gott. Und das ist direkt der nächste Typ. Oh mein, ich bin zu. Spiter Kill? Ah, jetzt geht's ab. Jetzt geht's ab. Oh Mann. Jetzt wirst du dich wieder zu Tode schwitzen. Hä? Wo bist du auch da? Nein, ich gucke meinen Arm an. Also Leute, irgendwie haben voll viele den Joke dahinter nicht verstanden. Aber ich bin nicht lesbisch. Das war einfach nur ein Witz. Und ich habe auch nichts gegen ehemalige Leute. Ich will das selbe Geschlecht lieben. Hm, bist du sicher? Ja. Ja. Komm bitte. Oh mein Gott. Ja. Egal Zweck jetzt. Vorher ist das eigentlich echt voll lustig, weil das immer so Jüngere gefragt haben, weil sie halt nicht mehr lesbisch schreiben konnten, sondern lesbisch geschrieben haben. Und dann werde ich schon kein DM angeschrieben und so. Das fand ich leicht witzig. Also in der nächsten Runde... Ich muss aufholen. Please. Ich hab nur einen Bogen. Ich hab Steak. Stirb bitte. Ja, er ist in die Lava gesprungen. Er ist auch freiwillig da reingesprungen, der Süße. Er ist auch noch... Nein. Er hat nicht mehr eine richtige Waffe, ne? Ich hab eine Holzachse und ich bin auch... Nein. Oh mein Gott, ich werde sterben. Bei mir ist einer und ich bin... Ich werde gesandwiched. Nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, eine Diabos. Oh, lass mich doch leben. Ja, aber gleich. Ich dachte das... Ich dachte das woanders. Ja. Hauptsache, ne? Es steht neben ihm ein Typ und sleut ihn an. Er geht weiter auf mich. Warum? Nur weil er mich einmal gehittet hat, Alter. So ein Bob. Ein Bob? Okay. Oh mein Gott. Nein, ich werde abgestaut. Du bist so ein... Ne, Alter, warum werde ich abgestaut? Nicht so vulgar. Mann, ich bin tot. Ich hätte den so safe bekommen, ne? Der war locker One-Hit oder sowas. Soll ich den für dich killen? Wie viele Kills hast du? Drei. Und du jetzt auch. Also ich habe jetzt gerade in der Runde noch gar keinen. Ach so. Aber bald. Ich dachte gerade, wann habe ich einen kill gemacht. Ich habe den einen in die Lava geschubst mit meiner Faust. Oh. Ich habe so Angst, dass er freiwillig gesprungen ist. Weil ich so furchteinflößend aussehe. Wusst du das? Ja. Oh. Übrigens, Leute, falls ich irgendwie ein bisschen müde aussehe. Ich habe gerade meinen Winterschlaf hinter mir. Braucht ihr noch ein Video? Ey. Du warst gerade in der Bar. Mhm. Um, keine Ahnung, wieviel Uhr. Sechs Uhr, Montag, Morgen, Mathe, Klausur. Da habe ich richtig Bock dran. Als ob. Ja. Ich habe auch keine Schuhe. Ich habe die nächste 1 plus geholt. Spaß. Jetzt kommt Karma. Jetzt kommt die 5. Weißt du, wie viele Punkte... Aber nee, warte. Das schneidest du jetzt nicht rein, okay? Doch. Okay, dann soll ich nicht. Nein, 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 nein. Ja? Wenn er mir jetzt noch einen Frieden tippt. Oh, hallo. Ich will das in der Zukunft sagen. Oh mein Gott. Ich habe über fast eine Woche nicht gespielt. Ja, ich habe auch über eine Woche nicht gespielt, weil es nicht ging. Man kann gar nicht hier gewinnen. Jede Runde 10 Hacker. Was ist das denn? Och Mann, der Arme. Tut mir voll leid. Warte mal, wer Vollarm hat. Warte mal, wer auch Vollarm hat. Warte mal, wer dich gerade sieht. Junge, wie kann das sein, Mann? Ich will viel zu offensiv. Ja, sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Oh Mann. Ich höre hier gar nicht ernsthaft. Das macht mich so traurig. Ich bin mal vor, ich habe jetzt noch keinen Klang. Ja, ich hoffe es. Es steht jetzt noch 3-3. Komm mal her, Bruder. Ach, bitte stirb. Oh nein, nicht Thunder, Mann. Der wird locker so direkt sterben. Muss ihn nur anpusten und der stirb. Der sieht halt echt aus. Junge, der läuft ja im Marathon heute. Mach weiter. Nein. Ach, kämpf doch nicht. Renn. Renn. Ich kriege nicht Kittel. Was mache ich denn? Oh mein Gott. Scheiße. So. Oh, ich kann gleich noch eine Runde aufholen. Er hat doch eh keine Chance. Gut, Rennen. Rennen. Los. Was hast du überhaupt da? Oh, okay. Er wird sterben. Oh nein. Warum kriegst du denn immer solche Billowspieler und ich bekommen so Full Iron oder so. So, zwei Kits. Toll, 5-3. Geil. Er wird dich töten. Ich sehe es. Kann halt echt sein. Aber wir geben uns Equal und er hat besseren Staff. Junge. Was ist das denn für ein Shit? Schwitzt doch nicht. Ich bin auch die ganze Zeit offensiv in den Kampf gegangen. Gott. Aber es gibt keine Worte hier. Kann das sein? Oder hat jemand nochmal... Aua. Was ist das Bild? Soll ich dir noch ein Handtuch zuwerfen oder? Naja. Wir geben Backstep der Arme. Nein. Yes. Bist du ein 31er, ne? Nein! Ja! Oh mein Gott. Egal. 3 Kills. Egal. Das ist mir wert. Okay, Leute. Letzte Runde. Ich werde das jetzt gewinnen. Nein. 5-3. Oh mein Gott, nein. Ich bin am Arsch. Okay, Leute. Das ist unsere Chance, die Runde jetzt zu holen. Wäre... Würde ich jetzt mal gute Kisten bekommen? Yes. Alter. Oh mein Gott. Ich habe sauber was verloren. Ja. Ich merks. Okay. Weißt du ich? Oh mein Gott, ich habe einen Kill. Oh, ich sehe dich. Wie weg. Bin ich ganz freundlich, Alter? Ich glaube, du willst gar nicht mit mir fighten. Nein. Wenn du dir mein Stuff anguckst. Ich bin nämlich auf 8.30. Komm, Sarah, lass fighten. Verpiss dich. Du, dass ich nicht mal Pulver. Mann, ich werde schon wieder abgestaut. Sehr gut. Oh. Ja, toll. Jetzt habe ich eh schon verloren. Wenn es schon viel steht. Seien wir es jetzt so gestorben. Das ist eigentlich weniger. Nächstes Mal gewinne ich das. Ich wollte bloß gastfreundlich sein. Ja. Ja. Hä? Was ist das? Was ist das? Er macht Peace. Okay, love him. Und der hier kennt sich mit der Map richtig aus. Komm, der holt dich jetzt. Der holt mich halt echt. Nee. Nein. Wir streng dich an. Los. Der holt mich echt? Ja. Ja. Oh, Junge, ist er so dumm. Anstatt, dass er dich so da rein wardet. Nein. Oh, jetzt geht... Oh mein Gott. Wann kriege ich so Gegner, die irgendwie gut sind oder abstauben? Und du? Wie solche Bobs. Ja. Ja. Der kriegt mich. Er hat einfach den anderen getötet. Paul, ich fühl's doch nicht so... Oh mein Gott. Nein. Alter, das hat mir jetzt den Arsch gerettet. Wow. Sechs. Vier. Warte mal, hat der einen Iron? Nein. Liegt da irgendwo einen Iron? Nein. Alter, das war jetzt echt die Tryharde. Aber Goldschutz hat gelegt noch, der ist glaube ich gut. Für eine Bärzelle. Ich glaub an Nikita. Guck mal, der hat meinen Nick geschrieben. 2.000 Jahre später. Die Arme, wie richtig zerteamt von euch. Paul, allein schon, weil du nicht mehr redest, immer richtig, wie du schwitzt. I know you used to call my place home. Cause we never felt alone. You're the only one I want. That's the only thing I know. Sometimes I don't wanna... Alter, der Tryharde hat sich ja so die Seele aus dem Leib. Sagst du! Was mach ich denn? Yes! Yes! Wo macht man das dann? Okay, das war's dann mit der Aufnahme. Ich hasse dich. Auf jeden Fall Leute, warst du mit dem Video, wenn ihr öfter so ein Kill-Duell sehen wollt. Ohne Paul. Oho! Dann lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Harte Rollen. Ciao. Ciao. Schreibt eigentlich erstmal, Paul ist doof in den Chat. Danke. Bis zum nächsten Mal.